Oh, schon wieder sie. Was geht's noch weiter dann? Ich weiß nicht, sie war's. Hat sie nur weggeworfen. Oh. Nachdem ich sie letztes Mal besiegt habe, ist sie jetzt zum Engel gewonnen. Bloß ohne Heiligschein. Ein Androiden. Zum Engel. Der war gut gecontert. Loll. Guck mal, wie die Scheibe... Ey, komm, die müssen eigentlich wegfliegen. Aber auf dieses Detail haben sie auch nicht richtig geachtet. Schon? Äh. Ich denke mal, es wird wieder eine komplette Folge mit Gigas. Yashimitsu! Oh! Und der ist extra dann, ja? Und ich habe jetzt Beförderung-Chance. Es sei denn, Gigas verändert alles. Äh, Gigas vor allen Dingen. Yashimitsu meint sich. Nein, wieso habe ich ihn nicht getroffen? Was macht der denn da? Yashimitsu, man sollte nie seinen Gegner den Rücken kehren. Besonders, wenn er in der Nähe ist. Oh, jetzt auf einmal hat es geklappt. Vorhin hat es nicht geklappt. Haha. Nein! Hat er davon. Noch zwei... Ränge, dann... Bene Sainter dann mit ihnen. Also es werden definitiv über 100 folgen. Ich rechne erstmal bis 150. Weil der jetzt fragt, warum mir so viel. Naja, wegen... Es wird ja... Jetzt kommen im Monat jetzt... Tekkenbowl kommen. Das werden auch noch ein paar Parts werden. Was noch? Das mit dem... Pressurkampf wird noch eine Weile dauern. Was? So viel habe ich abgezogen? Achso, ich glaube, wird das Schaden. Das habe ich gar nicht realisiert. Da! Ich konnte mich nicht bewegen. Penner! Junge! Ja, natürlich. Und bei mir macht er keinen... Doppelten Schaden. Pfff! Zum Kotzen ist das gerade! Der Scheißbetrug hier immer. Maul! Auch wenn du mir keine schlechte Laune verbreitet hast. Werf! Die Glocke! Das war nicht. Der Scheißbetrug hier! Bist du das? Das war nicht. Pfff! Du bist du das! Sperger. Halt! Bist du das! F включ, du! Du hast! Wieso machst du so'n Müll? Oh, er hat mich doch mal bewegt. So, wo war ich stehen geblieben eigentlich vorhin? Ja, also es werden die Minuten noch viele Parts in den Tresorkampf kommen. Wie ich sag, erstmal möchte ich jeden Charakter auf 10. Dann überlege ich, mit wem ich überhaupt noch weiter spielen kann, also mit wem es noch gut werden kann. Nämlich, wenn ich wenigstens einen Charakter auf den hunderten dann bekomme, also dass ihr es auch seht. Zwar werde ich natürlich alle drauf bekommen, aber mein Ziel ist erstmal nur ein, also mindestens einer. Ja. Ja. Hey Steve, soll bloß nur wieder kommen, ja? Was ich noch am meisten lasse, sind immer noch die doppelten Gegenstände, wie dreimal Schwalbe bei Azuka, dreimal so eine Schatzruhe bei Paul, jetzt ist es zum zweiten Mal, ne, das sind jetzt auch, wie ich gesehen habe, drei, das war ja C, sowas ist unnötig. Das reicht doch nur einmal. Kann ich jetzt noch mal die Karte wechseln, die nervt langsam. Und hier kommt wieder ein Special Kampf, denn nach diesem Kampf kam ja Akuma. Ja, komm Alter, zieh mir nicht. Oh, sag mal, bist du bescheuert? Ich rede jetzt von Jägers. Und der springt rüber. Komm. Ja, zieh's doch unnötig in die Länge, komm, mach jetzt. Meine Fresse. Ich rede jetzt von Jägers. Okay. Wäre dieser scheiß Betrug bei Steve nicht gewesen, hätte ich jetzt nicht so ne schlechte Laune. Tollen Überfall. Ah verdammt, ich wusste es doch, wieso mache ich das auch nicht? Mit dem Blocken. Was war das denn? Aber so geht es auch. Oh Mann, Gigas, Alter. Also mit Gigas könnte ich zwar auch bisschen weiter kommen, aber wenn er so ne Scheiße abzieht, denn nicht. Mein Fehler. Du gehst mir hier grad tierisch auf dem Sarg weiße das. Habe ich jetzt mal wieder hier so ein Regenbungenhaarfarbe oder nicht? Ist das euer Ernst? Sowas ist unnötig. Also unnötig. Unnötig vor allen Dingen. Was ist das für ein Deutsch? Also für mich ist es kein seltener Gegenstand, für mich ist es einfach eine ganz normale Kleidung. Macht da irgendwer, freischaltet doch mal so ne Gegenstände, die wirklich selten sind oder was spezielles sind. Round one. Fight. Round two. Aber eigentlich mal wieder auch ne andere Karte. Äh, was war das denn, Eddy? Wieso blockst du nicht nach unten? Ich hab nach unten gemacht. Also, Eddy, was war das denn für ein Move gerade? Das hat ja kaum Angriffe gemacht. Was ist das denn? Nö. Untertitelung des ZDF, 2020